Hallo meine Lieben, heute Morgen hatte ich schon eine Gruppe hier und die Elke aus dieser Gruppe hat uns allen voller Stolz. Diese letzte Übung, also vom letzten Video, die AfroKlave, sie hat uns das früher gespielt und dann wollten natürlich alle gleich mit einsteigen und ich habe die Übung noch ein bisschen erweitert. Als das auf der einen Seite gut geklappt hat, haben wir das auch auf der anderen Seite geübt und dann eben ohne Unterbrechung den direkten Wechsel. Das möchte ich euch noch mal vorspielen. Wir wechseln und wechseln. Ja, und falls du das Video gesehen hast, dann erinnerst du dich auch an die Stelle, dass ich dann gesagt habe, ich bete den Bass und dann den Ton auf dem Beat. Also wechseln. Das haben wir natürlich auch geübt. Ja, das war lustig und vor allen Dingen ein toller Frühsport für unsere Gehirnzellen. Ich wünsche dir viel Freude damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.